Er ist der Herausforderer und will niedersächsischer Ministerpräsident werden, Bernd Althusmann von der CDU. Im Wahlkampf-Endspurt ist er im Land unterwegs, um die Menschen zu überzeugen. Mit welchen Inhalten will er punkten? Jetzt ist er live bei Hallo Niedersachsen extra. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Macht in Niedersachsen. Noch zwei Wochen bis zur vorgezogenen Landtagswahl. Union und SPD liegen nur ein Prozentpunkt auseinander. 35 zu 34, so der letzte Trend der Meinungsforscher von Infratest DIMAP. Herzlich willkommen zu einer Hallo Niedersachsen Wahl-Extra-Sendung. Herzlich willkommen auch an Bernd Althusmann, unseren Gast heute, der Ministerpräsident werden möchte, der die Wahl am 15. Oktober gewinnen möchte. Und zu dieser Sendung begrüßen wir auch die Zuhörer von NDR 1 Niedersachsen und die User bei ndr.de Niedersachsen und bei Facebook Live. Herr Althusmann, zuallererst wollen wir einmal die korrekte Aussprache Ihres Namens klären. Seit Neuestem legen Sie Wert auf die Betonung auf der zweiten Silbe, also Althusmann. Warum jetzt und nicht schon früher? Das ist so neu nicht. Letztendlich hat mein Vater diesen Namen auch immer Althusmann ausgesprochen. Und so spreche ich ihn auch aus. Also insofern sollte es da irgendwelche Irritationen gegeben haben. Für alle sollte jetzt klar sein, ich heiße Bernd Althusmann. Ist wahrscheinlich etwas schwieriger zu sprechen, sodass das die wenigsten geschafft haben. Wir werden uns Mühe geben, in dieser Sendung es hinzukriegen. Diese Woche hat die heiße Wahlkampfphase begonnen. Insgesamt haben Sie ja nur drei Wochen Zeit für diesen Wahlkampf. Wie schwierig ist das auch angesichts der Tatsache, dass es ja deutliche CDU-Verluste gegeben hat letzte Woche bei der Bundestagswahl und Sie insofern keinen Rückenwind haben? Wäre schön gewesen, wenn das Ergebnis besser gewesen wäre bei der Bundestagswahl. Das hätten wir uns alle erhofft. Aber letztendlich, ob nun Umfragen hin oder her, es kommt darauf an, welche Stimmung am Ende in Stimmen sich umwandeln lassen. Und da haben wir jetzt drei Wochen, jetzt noch zwei Wochen. Und insofern bin ich sehr optimistisch, dass am Ende die CDU in Niedersachsen dann vielleicht doch die Nase vorn haben kann. Ich kämpfe dafür Tag ein, Tag aus, heute, morgen und in den nächsten 14 Tagen. Und in Niedersachsen wird es ja auch richtig spannend werden noch. Ja, bevor wir weitersprechen, wollen wir aber erst einmal uns einen Eindruck von Ihnen verschaffen. Wir haben ein kleines Porträt. Rüdiger Strauch hat das gestaltet. Bernd Althusmann, der Herausforderer, sagt von sich selbst, raue Schale, weicher Kern. Der 50-Jährige wuchs als Sohn eines Pastors auf, ging später zur Bundeswehr, dann folgte ein Studium der Pädagogik. Ein Journalist nannte Althusmann, der damals als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion ordentlich austeilen konnte, mal einen Panzer. Althusmann aber gilt eigentlich als nachdenklich. Er lebt in zweiter Ehe mit fünf Kindern. Je zwei stammen aus den ersten Ehen der Partner, eines aus der jetzigen Ehe. 2013 verlor Althusmann sein Landtagsmandat. Der damalige Kultusminister setzte sich nicht im Wahlkreis durch, zog nicht über die Landesliste ins Parlament. Ein Grund, weshalb er die direkte Konfrontation mit seinem Kontrahenten nicht suchen konnte. Bevor Althusmann die Spitzenkandidatur der Union übernahm, lebte er zweieinhalb Jahre in Namibia, arbeitete dort für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Althusmann, Sie betonen immer wieder, dass Sie der Aufenthalt in Namibia demütiger gemacht hat, ruhiger werden lassen hat. Und es fällt tatsächlich auf, dass Sie sich sehr zurückhalten, eher präsidial wirken, wie man so schön sagt. Müssten Sie jetzt nicht im Wahlkampf sich viel mehr in den Vordergrund drängen? Ich glaube, es ist wichtig, auch mal Auslandserfahrung gehabt zu haben, um über den Tellerrand Niedersachsens hinauszuschauen. Und ich kann Ihnen versichern, in den letzten Wochen und Monaten haben wir auf zahlreichen Veranstaltungen alles gegeben, ob mit der Wirtschaft, ob mit Parteiveranstaltungen, ob in sozialen Einrichtungen, ich mich persönlich informiert habe. Ich weiß nicht, wie viele Zehntausende von Kilometern ich in den letzten Monaten zurückgelegt habe. Und ich bin seit November letzten Jahres dabei, mich im Land bekannt zu machen. Das ist schwierig für einen Herausforderer, das weiß ich. Aber ich glaube, es kann am Ende gelingen. Aber trotzdem, als dieser vorzeitige Wahltermin sich herausstellte, als Elke Twesten von den Grünen zur CDU ging, da haben Sie viele als sehr zurückhaltend empfunden. Sie haben damals gesagt, der Ball liegt jetzt im Feld der Landesregierung. Und es war dann der Ministerpräsident, der sagte, wir wollen den Landtag auflösen, wir wollen Neuwahlen haben. Warum war das nicht doch zu zurückhaltend, wie Sie da agiert haben? Rot-Grün ist am Ende nicht an dem Übertritt gescheitert. Rot-Grün ist an den letzten 4,5 Jahren in Niedersachsen gescheitert, weil man im Bereich der inneren Sicherheit, der Infrastruktur, der Bildung nicht wirklich vorangekommen ist. Mich interessiert Ihnen, wie Sie sich in dieser Situation verhalten haben, weil Sie so zurückhaltend waren. Ja, insofern glaube ich, dass in einer schwierigen Situation auch für das Land Niedersachsen man besonnen agieren muss und souverän handeln muss. Und diese Besonnenheit, diese Souveränität hätte ich mir von anderen auch gewünscht. Wir haben am Ende versucht, einen demokratisch sauberen Weg zu wählen, nämlich die Auflösung des Parlaments. Das war konsequent am Ende. Und dazu ist es ja jetzt auch gekommen. Trotzdem nochmal die Nachfrage. Haben Sie jetzt zum Endspurt des Wahlkampfes nochmal so einen richtigen Kracher im Köcher? Oder wann schalten Sie nochmal richtig auf Angriff? Es mag Ihnen entgangen sein, dass wir uns schon mitten im Angriff befinden. Wir haben alle Register gezogen. Wir sind im Bereich Social Media, im Bereich der Veranstaltung mit der Bundeskanzlerin. Sie wird noch weitere vier Male in Niedersachsen sprechen. Wir werden die Ministerpräsidenten der CDU in Niedersachsen haben. Wir haben ein breites Mailing unserer Mitglieder. Am Ende geht es um die Mobilisierung der Wähler. Also gestern habe ich von Haus zu Haus quasi den Haustürwahlkampf absolviert, auch in meinem eigenen Wahlkreis im Landkreis Harburg. Also insofern, wir sind voll unterwegs. Machen Sie sich keine Sorgen. Gut, gehen wir weiter. Bernd Wehr hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in der vergangenen Woche getitelt. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht. Unser Autor Rüdiger Strauch ist mit einem Foto des CDU-Spitzenkandidaten losgezogen und hat die Menschen auf der Straße um ihre Einschätzungen gebeten. Hier das Ergebnis. Und Herr Althusmann, wir bitten Sie auch ein bisschen mitzumachen. Welche Eigenschaften schreiben Sie ihm zu? Auch familienfreundlich, neutral, freundlich, angenehm. Ganz ehrlich erinnert er mich an Donald Trump vom Äußeren. Zupackend und hat sofort eine Meinung. Ausweichend wenig konkret. Angriffslustig. Pasta oder der Pommes-Typ? Pasta-Typ. Pasta. Nicht Pommes. Pasta. Pasta. Ich würde eher Schnitzel sagen. Abenteurer-Typ oder Romantiker? Ich glaube, das ist eher so ein Romantiker-Typ. Weder Abenteurer noch Romantiker. Das ist mehr so Pauschalreise. Der macht gern gediegen Urlaub und liebt es auch luxuriös. Ein Abenteuer sieht er nicht aus. Ist das ein guter oder schlechter Verlierer? Schlechter Verlierer. Wenn der verliert, dann ist das stinkig. Alphatier. Also vordergründig gut, aber untergründig würde ich eher sagen, würde er doch so ein bisschen angekniffen sein. Oh, Verlierer. Das ist ein guter Verlierer. Der sagt, okay, wir leben in einer Demokratie. Ich habe die wenigen Stimmen, schade, aber dumm gelaufen. Ja, aber noch ist gar nichts gelaufen. Sie kämpfen, Sie kämpfen noch Ministerpräsident zu werden. Haben Sie sich in dem, was die Leute über Sie gesagt haben und in Sie hineingedacht haben, wiedererkannt? Ich fand es doch schön. Da hat ein Bürger gesagt, entscheidungsfreudig, mutig, zupackend. Also insofern, einige Bereiche werden mir offensichtlich zugesprochen. Und insofern bin ich da sehr gelassen und sehr ruhig. Gucken wir doch mal auf Ihre politischen Vorlieben und Möglichkeiten hier in Niedersachsen. Weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb haben im Moment eine Mehrheit. Was ist denn Ihre Präferenz? Große Koalition oder Jamaika? Sie werden verstehen, dass ich diese Frage in den letzten Wochen, ich weiß nicht wie oft, gestellt bekomme. Und ich möchte mich zu keiner Koalition hinreißen lassen. Es kommt am Ende darauf an, dass die CDU stärkste Kraft wird. An uns soll keine Regierung vorbeigebildet werden und das ist das Entscheidende. Und dann wird man am Ende sehen, was möglich ist in Niedersachsen. Alle demokratischen Parteien müssen miteinander gesprächsfähig sein. Ich schließe aus, ein Bündnis mit links. Ich schließe aus, ein Bündnis mit rechts. Ich wünschte mir, dass der amtierende Ministerpräsident auch ein Bündnis mit links ausschließt. Das Schlimmste, was in Niedersachsen passieren kann, wäre ein Rot-Rot-Grünes Bündnis. Und danach sieht es leider manchmal aus. Auf jeden Fall wird die Hintertür immer offen gelassen. Jetzt werde ich nicht so ganz schlau aus Ihrer Haltung zu den Grünen. Sie haben ein Zeitungsinterview gegeben, wo Sie gesagt haben, man soll keine Brücken einreißen. Kurz darauf waren Sie beim Parteitag. Da haben Sie gesagt, es wird kein Bündnis mit diesen Grünen in Niedersachsen geben. Also was denn nun? Die Grünen in Niedersachsen sind leider sehr, sehr weit nach links gerückt. Hätten wir hier nur einen Boris Palmer, einen Herrn Habeck, einen Winfried Kretschmann oder einen Özdemir, könnte man sicherlich gut miteinander sprechen. Aber wenn man behauptet, dass die schwarz-gelben Hetzer hier im Land regierten in den Jahren, in denen wir an der Regierung waren, oder wenn man sagt, man müsste die Schwarzen entlagern, das finde ich, das gehört sich nicht in der Sprache. Ohnehin generell stelle ich fest, etwas eine Verrohung der Sitten im Umgang im politischen Wettbewerb. Ich finde, das muss nicht sein. Man kann respektvoll miteinander umgehen. Aber das war schon gesagt, als Sie das Interview mit den Brücken gegeben hatten, die Sie nicht einreißen wollten. Letztendlich wird man immer miteinander sprechen müssen und sprechen können. Es wird aber schwierig, mit diesen Grünen, die im Wesentlichen von Herrn Mayer, dem Agrarminister, dominiert werden, tatsächlich zu irgendwelchen Gesprächen zu kommen. Ich sehe da nahezu keine Schnittmöglichkeit. Aber ist denn Herr Mayer für Sie das Problem bei den Grünen, weil Sie den explizit nennen? Ja, Herr Mayer hat in den letzten Jahren als Landwirtschaftsminister sehr stark polarisiert. Und ich finde, die Landwirtschaft hat stark unter diesem Agrarminister gelitten. Deswegen ist mein Petitum, dass es am Ende auch dazu kommt, dass das Landwirtschaftsministerium wieder von der CDU besetzt wird, damit unsere Landwirte, unsere bäuerlichen Familien in Zukunft haben. Man hat ein klein bisschen den Eindruck, das haben Sie auch gesagt gerade, dass der Kampf gegen Rot-Rot-Grün zu Ihrem Hauptwahlkampfthema geworden ist. Naja, wenn die Linken ins Parlament kommen sollten, wird der amtierende Ministerpräsident nach meiner Einschätzung zugreifen. Er wird dann ein Linksbündnis für Niedersachsen schmieden. Und das wäre nun wirklich nach viereinhalb Jahren Rot-Grün. Dann weitere fünf Jahre Rot-Rot-Grün. Also wer da als Bürger sagt, das hätte Zukunft in der Verkehrspolitik, im Bereich der inneren Sicherheit oder im Bereich der Bildungspolitik. Ich meine, Rot und Grün macht ja im Moment schon eine Politik, wo der eine links rum und der andere rechts rum will. Wie soll denn das in einem Linksbündnis funktionieren? Also insofern glaube ich, Rot-Rot-Grün ist wirklich die schlechteste Variante, die dieses Bundesland vertragen könnte. Wir wollen gleich noch über verschiedene Politikfelder mit Ihnen sprechen. Aber zunächst wollen wir jetzt erst einmal sehen, was sonst noch in Niedersachsen passiert ist. Die Nachrichten im Überblick. Seit heute können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Rund drei Monate nach dem Bundestagsbeschluss zur Ehe für alle haben zwei Paare in Hannover gleich den erstmöglichen Tag genutzt und Ja gesagt. Das Standesamt hatte extra am Sonntag geöffnet. Den allerersten Termin am Morgen haben allerdings sie bekommen. Reinhard Lüschow und Heinz-Friedrich Harre. Sie waren vor 16 Jahren in Hannover die erste eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland überhaupt und sind seit heute richtig verheiratet. Eine neue Brandserie im Oldenburger Stadtteil Osternburg sorgt für Unruhe. In der vergangenen Nacht brach auf drei Grundstücken Feuer aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um Brandstifter handelt. Zwar konnte die Feuerwehr die Flammen in diesem Dachstuhl und zwei Garagen schnell löschen. Es entstand jedoch hoher Schaden. Bereits vor zwei Jahren hatte es einige Brände hier gegeben. Eine Sonderkommission der Polizei konnte bislang keine Täter fassen. Ob es einen Zusammenhang zu den alten Fällen gibt, ist noch nicht klar. Ein Verkehrsunfall auf regennasser Straße hat fünf zum Teil lebensgefährlich verletzte Menschen gefordert. Der 31-jährige Fahrer hatte laut Polizei 2,7 Promille Alkoholgehalt im Blut und keinen Führerschein. Bei Seelze in der Region Hannover war der Mann gestern Abend mit vier Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto zurück auf die Straße, wo es sich noch überschlug. Gegen den 31-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Und noch ein Ergebnis aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Da unterlag Eintracht Braunschweig dem FC St. Pauli mit 0 zu 2. Die Landtagswahl in Niedersachsen wird spannend wie nie. Und deshalb heute Abend Hallo Niedersachsen, Wahl extra mit einem Gast, dem Herausforderer des Ministerpräsidenten Bernd Alt-Thusmann. Und wir werden auch gesehen bei NDR.de Niedersachsen und gehört bei NDR 1 Niedersachsen. Und wir kommen zu unserem ersten Sachthema. Das ist die Bildung. Laut Infratest DIMAP, der in unseren Meinungsforschern das wichtigste Thema in Niedersachsen. Und diesen Blog wollen wir mit einer Zuschauerfrage einleiten. Das ist ein Zuschauer aus Lehrte, Christoph Zahm, der möchte Folgendes von Ihnen wissen. Ich bin Vater einer Erstklässerin und unser Schuljahr hat direkt ohne Klassenlehrerin begonnen. Herr Alt-Thusmann, was gedenken Sie gegen die Versäumnisse der letzten Jahre in Bezug auf den Lehrermangel zu unternehmen? Tja, ich gebe die Frage gleich weiter. Was wollen Sie tun gegen Lehrermangel zum Beispiel an Grundschulen wie in diesem Fall? Das Schuljahr ist tatsächlich chaotisch gestartet. Das hätte man vorhersehen können. In den letzten Jahren wurden Studienplätze im Bereich Lehramt gestrichen. Wir werden diese wieder einstellen. Wir brauchen mehr Lehrer. Wir müssen Lehrer aber auch wertschätzen. Und wir müssen vor allen Dingen Lehrer deutlich von Verwaltungsaufgaben entlasten. Sie müssen sich auf den Unterricht konzentrieren können. Sie müssen das, was tagtäglich an unseren Schulen geleistet werden, auch wirklich umsetzen können. Von daher die Attraktivität des Lehrerberufes, die Frage auch der Besoldung der Lehrkräfte, gerade im Grundschulbereich, das muss besser werden. Und von daher kann ich nur sagen, wir werden hier einen deutlichen Schwerpunkt setzen mit einer Unterrichtsgarantie und auch einer Einstellungsgarantie für Lehrkräfte. Herr Alt-Thusmann, bleiben wir mal an den Grundschulen. Die Kultusministerin hat ja gerade von den Gymnasienlehrer abgeordnet an die Grundschulen, damit da eine bessere Unterrichtsversorgung stattfinden kann. War das ein Fehler? Es war insofern ein riesiges Organisationsversagen, als dass im letzten Jahr bereits darüber diskutiert wurde, dass wir in diesem Jahr einen großen Lehrermangel haben. Und von daher hätte man viel früher gegensteuern müssen. Man hätte deutlich die Versorgung an den Grundschulen verbessern müssen. Das hat man nicht getan. Man hat viele andere Projekte versucht zu bespielen. Auch das Thema Inklusion, auch die Frage der gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung, für die ich bin. Ich möchte nur, dass wir auch mal durchatmen und dass wir Förderschulen in Niedersachsen eben nicht schließen. Wer Landespolitik ein wenig länger betrachtet, dem fällt schon auf, dass dieses Klagelied über die mangelnde Unterrichtsversorgung ja fast unabhängig von Regierung ist. Sie haben das als Kultusminister auch gehört, dieses Klagelied. Ist es vielleicht tatsächlich ein schwieriges Politikfeld, unabhängig davon, wer regiert? Wir haben Unterrichtsmangel in bestimmten Fächern. Das betrifft Physik, Chemie, Latein, Französisch. Insofern kann man nicht ganz generell sagen, es fehlen jetzt überall Lehrer. Aber in bestimmten Mangelfächern, auch den wirtschafts- oder naturwissenschaftlichen Fächern. Wir brauchen ein Bildungsscouting in Niedersachsen. Wir müssen viel aktiver werden. Alle Unternehmen werden sich zukünftig nach jungen Menschen, die bei ihnen eine Ausbildung beginnen, letztendlich die Beine ausreißen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir Gleiches tun, auch im öffentlichen Bereich. Wir müssen Lehrer nach Niedersachsen locken, wir müssen sie herholen und wir müssen insbesondere Lehramt in Niedersachsen besonders attraktiv machen. Und das Wichtigste, Lehrer mehr wertschätzen. Ich glaube, das ist ein Kern und Dreh- und Angelpunkt von Erfolg von Schule. Aber kommen wir nochmal ganz konkret. Die amtierende Landesregierung hat ja das Ganztagsschulangebot ausgebaut. Werden Sie denn die Pädagogen vom Nachmittag wieder abziehen und eher in den Vormittag packen? Was nicht sein kann, ist, dass am Vormittag Unterricht ausfällt und am Nachmittag wertvolle Lehrerstunden in den Ganztag gesteckt werden. Wir müssen hier zu einer deutlich gerechteren Verteilung kommen, der Ganztagsschulen und der Ganztagstunden, die wir haben. Wir wollen alle Ganztagsschulen in Niedersachsen oder alle Schulen zu Ganztagsschulen umwandeln. Wir werden auch die Sozialarbeit in den Schulen deutlich ausbauen müssen. Aber Unterricht geht vor. Ich denke, die Eltern in Niedersachsen erwarten schon, dass wir klar sagen, Unterrichtsgarantie, es soll so wenig wie möglich Unterricht ausfallen. Und wir müssen die Schulen mit Stunden ausstatten, mindestens 102 bis 103 Prozent, sodass sie auch wirklich in der Lage sind, diesen ausgefallenen Unterricht aufzufangen. Das heißt, im Zweifel sind Sie eher gegen einen Ausbau des Ganztagsschulangebotes, damit die Unterrichtsversorgung passt? Ich möchte, dass wir in den nächsten Jahren als Angebot alle Schulen zu Ganztagsschulen machen, freiwillig wohlgemerkt. Aber wir müssen die Schulen, die wir haben im Gesamtsystem, die Stunden, die wir haben, die müssen wir so verteilen, dass wirklich Unterricht gelingt. Und das geht. Wir haben das in unseren Regierungsjahren bewiesen. Und das, was wir heute erleben, ist deutlich zu gering und es ist eine Katastrophe. Herr Altesmann, vielleicht nochmal zum Schluss. Sie haben gerade gesagt für diesen Block, Sie haben gerade gesagt, Sie sind für die Inklusion. Dennoch wollen Sie dieses Moratorium. Das wird von vielen als Rückschritt oder als unentschlossen empfunden. Was entgegnen Sie denen? Nein, das ist kein Rückschritt, sondern Inklusion muss vom Wohl des Kindes ausgedacht werden. Für ein behindertes Kind kann es genauso sinnvoll sein, in einer Förderschule multiprofessionell unterrichtet zu werden, gebildet zu werden. Und das dieses Kind in ein Regelschulsystem zu zwingen, halte ich im Zweifelsfall für falsch. Da gilt auch das Wahlrecht der Eltern. Diese müssen darüber entscheiden können. In Niedersachsen will man quasi langfristig alles in eine inklusive Schule überführen. Das halte ich für falsch. Die KMK hat das im Übrigen auch nirgendwo vorgegeben. Ich habe selber den Beschluss der KMK damals 2011 koordiniert. Herr Altesmann, auch unseren nächsten Block leiten wir wieder mit einer Zuschauerfrage ein. Diesmal von einem jungen Auszubildenden, Lennart Schütte aus Wolfsburg, möchte Folgendes wissen. Ich bin Herr Zubi im dritten Lehrjahr bei VW. Wie stehen Sie zum VW-Gesetz und wie sehen Sie Ihre Rolle im Aufsichtsrat? So, Herr Altesmann, das war, glaube ich, eine sehr nachvollziehbare Frage eines Auszubildenden bei VW. Was sagen Sie dem? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei VW müssen sich keine Sorgen machen. Eine CDU-geführte Landesregierung steht zum VW-Gesetz. Wir werden diesen 20-prozentigen Anteil halten. Ich möchte allerdings, dass der Aufsichtsrat deutlich professionalisiert und auch teil-entpolitisiert wird. Ich möchte einen unabhängigen Experten in diesem Aufsichtsrat neben mir im Aufsichtsrat wissen. Darum geht es am Ende. Und ich möchte als Ministerpräsident auch die Versäumnisse des Konzernen, des Konzernvorstands deutlich aufklären. Denn die Mitarbeiter bei VW, die sind nicht daran schuld, dass in den letzten Jahren dort offensichtlich vorsätzlich betrogen wurde, sondern die möchten, dass der Konzern aus den Schlagzeilen rauskommt. Die möchten sich um ihr Produkt kümmern. Darum muss es gehen. Wir brauchen Ruhe bei VW. VW muss sich auf die Zukunft vorbereiten können. Und die Arbeitsplätze, die 120.000, die wir haben hier in Niedersachsen, die müssen gesichert werden. Und wir wissen ja, dass heute bestimmte Entscheidungen gefällt wurden, auch teilweise völlig an der Landesregierung vorbei. Das ist kein guter Zustand. Das klingt so ein bisschen nach nicht Fisch, nicht Fleisch im Aufsichtsrat. Sie gehen rein, aber das zweite Kabinettsmitglied nicht, weil es nicht konsequenter so zu handeln, wie die FDP es vorschlägt, wenn man das schon als Problem sieht, gar nicht reinzugehen als Politik. Nein, ich glaube, die Mitarbeiter bei VW erwarten ein klares Signal eines Ministerpräsidenten, auch in einen Aufsichtsrat zu gehen. Das ist auch eine gewisse Verantwortung. Ein Ministerpräsident ist immer in einem Dilemma. Er muss immer zwischen dem Wohl des Landes und dem Wohl des Unternehmens entscheiden. Aber in einer existenziellen Krise dieses VW-Konzerns muss ich auch die notwendige Kontrolldistanz haben. Ich darf nicht den Eindruck erwecken, als wenn mich der Konzernvorstand quasi am Nasenring durch die Manage führt. Und in so einer Situation, die wir erlebt haben seit September 2015, seit Bekanntwerden des Dieselskandals, hätte ich mir eine deutliche Linie und eine bessere Haltung der Landesregierung gewünscht. Was hätte denn ein härteres Vorgehen sein können gegenüber der Spitze von VW, wenn Sie Ministerpräsident gewesen wären? Ich glaube, die Verantwortlichen müssen schlicht zur Rechenschaft gezogen werden. Der Skandal muss konsequent am Ende auch wirklich aufgeklärt werden. Und ich weiß nicht, ich schätze Herrn Pötzsch, es ist ein ehrenwerter Mann. Aber dass derjenige, der vorher im Vorstand saß, heute im Aufsichtsrat sitzt, finde ich einen schwierigen Vorgang. Oder aber auch die hohen Abfindungszahlungen an Frau Hohmann-Dennert von 13 Millionen Euro für zwölf Monate Tätigkeit bei VW. Also Entschuldigung, da müssen die Mitarbeiter am Band sich am Ende wirklich wundern, dass sowas im Aufsichtsrat beschlossen wird. Das hätte es mit mir nicht gegeben. Sie selbst haben angekündigt, zur Not zugunsten der Transparenzregeln, der Offenheit gegenüber dem Landtag, auch das Verschwiegenheitsgebot des Aufsichtsrates zu brechen. Das klingt so ein bisschen wie angekündigter Rechtsbruch. Nein, das ist es nicht. Das Verschwiegenheitsgebot bezieht sich auf Geschäftsgeheimnisse. Die würde ich selbstverständlich niemals verraten. Aber am Ende ist es ein Unterschied, ob mir ein strafrechtlich relevanter Vorgang bekannt wird. Wenn ich davon Kenntnisse halte, muss ich auch handeln. Dann muss ich die Konzernvorstände zur Rechenschaft ziehen. Im Zweifelsfall müssen sie dann auch angeklagt werden und müssen dafür am Ende auch entsprechend bezahlen. Der VW-Skandal, der hat ja eines in den Fokus gerückt, die Stickoxidbelastung der Innenstädte durch Dieselfahrzeuge. Wird es den Verbrennungsmotor im Jahre 2030 noch geben? Ja, ich glaube, es wird ihn weiterhin geben. Wir werden zu einem Antriebsmix kommen aus Dieselmotoren, leistungsgesteigert, Brennstoffzellentechnologie oder Gasantrieben. VW und Niedersachsen kann sich an die Spitze stellen, der zukünftigen Entwicklung von Motoren, wie wir sie in den nächsten 20, 30, 40 Jahren benötigen. Ich spreche mich ausdrücklich gegen ein Dieselverbot aus. Ich halte die Diskussion, die wir da führen in der Öffentlichkeit, für wirklich Unsinn. Denken Sie mal an die Handwerker in Niedersachsen. Die haben für ihre Betriebe fast alle Diesel, sollen die jetzt alle ihre Wagen stehen lassen. Das funktioniert so nicht. Und Politik und uns allen rate ich da wirklich zu Maß und Mitte. Unser nächstes Thema heißt Integration. Niedersachsen hat mehr als 100.000 Geflüchtete aufgenommen. Das war schon nicht leicht, aber die eigentliche Aufgabe beginnt jetzt erst. Wilhelmshaven ist einer der Orte in Niedersachsen, die besonders belastet sind. Deshalb kommt unsere Frage daher und zwar von Miguel Pascal Schaar. Ich arbeite in Wilhelmshaven in der Flüchtlingsarbeit von Kirche und Diakonie. Viele Flüchtlinge ziehen jetzt noch nach Wilhelmshaven, weil es hier freie Wohnungen gibt und ihre Familien ziehen nach. Meine Frage ist, was werden sie in der Zukunft für die Integration tun? Werden Mittel gekürzt oder werden wir stärker unterstützt, um unsere Aufgaben hier erfüllen zu können? Ja, wird eine CDU-geführte Regierung ausreichend Mittel für diese Integrationsarbeit bereitstellen? Ja, wir werden für die Integration zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen müssen. Das betrifft die Sprachförderung. Das betrifft auch am Ende die Frage der Ausbildungsförderung. Ich plädiere sehr dafür, dass diejenigen, die sich in Niedersachsen qualifizieren, eine Ausbildung abschließen. Dass wir hierbei am Ende auch darüber reden, dass sie auch eine Bleibeperspektive sich dadurch erarbeitet haben. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt für die Integration, dass Menschen, die am Ende qualifiziert sind, dann in Deutschland bleiben können. Auf der anderen Seite gehört allerdings auch die Wahrheit dazu, dass 20.000 Menschen in Niedersachsen sind, die keine Bleibeperspektive haben. Hier müssen wir genauso konsequent sagen, dass sie in ihre Heimatländer wieder zurückgehen müssen, auch wenn es manchmal menschlich schwerfällt. Nach Wilhelmshaven sind Delmenhorst und Salzgitter besonders vom Zuzug vieler Flüchtlinge betroffen. Halten Sie es für richtig, eine Wohnsitzauflage, mit einer Wohnsitzauflage zu bestimmen, wo sich Flüchtlinge in Zukunft ansiedeln, in welcher Stadt? Ja, absolut. Ich verstehe die Landesregierung überhaupt nicht, dass sie dieses Instrument nicht anwendet. Dann wären solche Ballungszentren bzw. Parallelgesellschaften, wie wir sie in Salzgitter oder Delmenhorst erlebt haben, gar nicht erst aufgetreten. Hier hat man letztendlich versäumt, dieses Instrument, was andere Bundesländer anwenden, auch hier in Niedersachsen anzuwenden. Das wird eine Maßnahme sein, die wir unmittelbar nach der Wahl einsetzen werden. Es ist mal wieder von Abschiebungen die Rede. Sie haben auch gerade darauf hingedeutet, derjenige, der sich integriert, soll hierbleiben. Aber ist es nicht doch immer noch so, dass diejenigen abgeschoben werden, die integriert sind und man bei denjenigen, von denen man sagt, die müssten eigentlich raus, keine Mittel dafür hat? Ich sagte ja, bei denjenigen, die besonders wertvoll auch hier für uns in Deutschland, in Niedersachsen sind, die also eine Ausbildung abschließen, zum Beispiel im Bereich der Pflege oder der technischen Berufe. Da werden wir uns schon Lösungen überlegen müssen, wie wir diese auch hier halten können. Wir reden allenthalben über den Fachkräftemangel. Wir werden in den nächsten Jahren Tausende von Pflegekräften auch in Niedersachsen benötigen, weil die Zahlen deutlich ansteigen der zu pflegenden Menschen. Also insofern hier einen guten Mittelweg zu finden zwischen denjenigen, die eine Bleibeperspektive haben, auch eine Bleibeperspektive bekommen. Und auf der anderen Seite natürlich auch konsequent bei denjenigen zu bleiben, die zum Beispiel hier straffällig werden. Die müssen dann auch schnellstmöglich abgeschoben werden. Herr Haltesmann, kommen wir doch mal zur Alltagskriminalität. Der Innenminister hat am Freitag eine Statistik vorgelegt, nachdem die Kriminalität um 8% zurückgegangen ist. Ist doch ein gutes Ergebnis, oder? Also diese Statistik des Innenministers ist wirklich mit Verlaub lächerlich. Denn der gesamte dunkle Jahresbereich, also die dunkle Zeit sozusagen jetzt im Winter, steht noch bevor. Man kann nicht quasi zu drei Viertel eines Jahres sagen, die Zahlen sind zurückgegangen. Da muss man schon bis zum nächsten Jahr warten, um da eine Gesamtbilanz zu machen. Die Einbruchkriminalität ist in Niedersachsen extrem hoch. Alle 30 Minuten ein Einbruch in Niedersachsen. Insofern kann man nur sagen, die Landesregierung hat hier in den letzten viereinhalb Jahren aus meiner Sicht zwar eine Menge Personal in die Stäbe gesteckt, aber nicht in die Präsenz der Polizei in der Fläche. Ja, in der Tat, wir sind schon fast am Ende unserer Sendung. Und wir haben einen wunderbaren Herbsttag heute gehabt, der durchaus Lust auf mehr gemacht hat. Und wir schauen uns mal an, wie morgen das Wetter ist. Das Satellitenbild zeigt erste Wolkenfelder von Tief Wolfgang mit Zentrum über der Nordsee. In der Nacht zieht etwas Regen durch. Die Temperatur geht auf 14 bis 5 Grad zurück. Morgen herrschen dichte Wolken vor. Sie bringen neuen Regen. Ab und zu schaut auch die Sonne durch. 16 bis 18 Grad. Die kommenden Tage werden sehr wechselhaft. Regnerisch, windig und zunehmend kühler. Ja, soweit die Wetteraussichten. An Sie nochmal die Frage, wie sicher sind Sie eigentlich, dass Sie tatsächlich die Regierung übernehmen können nach dem 15. Oktober? Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube, dass es gelingen wird. Die CDU ist eine starke Partei, immer gewesen in Niedersachsen. Und insofern bleibe ich dabei, wir können in Niedersachsen regieren. Und wir haben eine Vision für die nächsten zehn Jahre. Wir wissen, wo das Land hin soll, wo wir gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern hinwollen. Im Bereich der inneren Sicherheit, im Bereich der Bildung, der Infrastruktur. Also insofern, ich bin optimistisch. Herr Althusmann, was wäre Ihr Wunschergebnis in Zahlen? Ja, so 37, 38 Prozent für die CDU wäre natürlich eine super Zahl. Die FDP vielleicht 10 Prozent. Die Linken nicht im Parlament. Bei realistischer Betrachtung glaube ich nach dem Bundestagswahlergebnis, dass die AfD knapp im Landesparlament sein wird. Und die SPD, die wird dann vielleicht so bei 32, vielleicht sogar 33 Prozent liegen. Und die Grünen vielleicht bei 7 bis 8. Also insofern warten wir es ab. Der Bürger hat das Wort am 15. Oktober. Ja, wir sind schon am Ende unserer Sendung. Am 15. Oktober, Sie sagen es, da wird gewählt. Da werden wir wissen, was als Regierung dabei herauskommt. Und wir sind am Ende unserer Sendung. Wir sagen an dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank, Bernd Althusmann, für dieses Gespräch. Sie können uns aber weiterverfolgen. Bei Facebook Live werden wir jetzt Ihre Fragen an den Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt der CDU stellen, Bernd Althusmann. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal.